Er sagte dann weiter, der Autor. Hier heißt es, und wer das Fasten beabsichtigen sollte, dann aber geisteskrank wird oder den ganzen Tag ohnmächtig ist, und erst und nicht und den ganzen Tag ohnmächtig ist und nicht einen Teil des Tages wieder zu sich kommt oder zu sich gekommen ist, so ist sein Fasten nicht richtig. Jedoch gilt das nicht, wenn er den ganzen Tag schläft. Der Ohnmächtige muss lediglich den Tag nachholen. Okay, wir haben hier wieder mehrere Fälle. Und zwar, jemand wollte fasten und dann ist er tagsüber geisteskrank geworden. Er hat seinen Verstand verloren. Oder er war den ganzen Tag ohnmächtig. Was muss er machen? Dieser muss später nochmal diesen Tag nachholen. Sein Fasten oder zumindest wird gesagt, sein Fasten ist nicht richtig. Und der Ohnmächtige muss dann diesen Tag nachfasten. Jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Jemand schläft den ganzen Tag. Ist sein Fasten richtig? Sein Fasten ist richtig. Und was den Ohnmächtigen angeht, er muss lediglich den Tag nachholen, ohne zum Beispiel eine Kephara, also eine Sühne, entrichten zu müssen. Und was den Ohnmächtigen angeht, er ist nicht richtig. Also, ich möchte